Gatchasadhana, wörtlich gehen wie ein Elefant, ist eine Form der dynamischen Übung, um dich aufzuwärmen und eine bestimmte Grundflexibilität zu bekommen. Stehe gerade und dann beuge die Knie leicht und beuge dich nach vorne, fasse mit den Händen um die Füße und jetzt gehe nach vorne, Bein für Bein und so gehst du wie ein Elefant, der Kopf ist vorne wie der Kopf eines Elefanten und mit den Füßen gehst du tatsächlich ähnlich wie ein Elefant geht. Das ist Gatchasadhana und wird bezeichnet als eine der Aufwärmübungen. Übrigens gibt es auch Ustrasadhana, was ähnlich ist, dann gehst du wie ein Kamel und es gibt auch noch Ashwasadhana und dann gehst du wie ein Pferd. Aber von allem, ich glaube Gatchasadhana entspricht diesem majestätischen Gang eines Elefanten am ersten.